Ja, es sind nach wie vor schwierige Zeiten, das haben Sie alle mitbekommen. Nicht zuletzt letzten Freitag ging es nochmal massiv nach unten mit den Edelmetallen. Und da die eine oder andere Beschwerde kam in letzter Zeit, dass wir zu viel über Gold und zu wenig über Silber sprechen, habe ich jetzt einen Gesprächspartner bei mir, der prädestiniert ist für das Thema Silber. Sie kennen ihn als den Silberjungen, Thorsten Schulte ist zu uns zugeschaltet via Skype. Aber wir sprechen jetzt gleich mal über den Silberpreis mit Ihnen. Eins vorweg noch in eigener Sache, wir werden die Sendung noch einmal ausweiten. Es wird morgen eine Sondersendung geben, wir werden morgen um 15 Uhr ganz regulär die Sendung machen, die wir eigentlich heute gemacht haben, weil wir aufgrund der aktuellen Entwicklung natürlich mal über den Silberpreis sprechen möchten mit Thorsten Schulte. Herr Schulte, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Vielleicht gleich vorweg die erste Frage, es werden richtig kuriose Kursziele herumgereicht. Das heißt, 15 Dollar, 14 Dollar, 12 Dollar, einstellige Kursziele für den Silberpreis. Auf was muss man sich denn noch alles einstellen als Silberanleger? Ja, es sind sicherlich schwere Zeiten für Gold- und Silberinvestoren. Aber wir sollten uns das große Bild vor Augen führen. Und ich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass wir nach dieser Streckfolter, die jetzt seit April 2011 beim Silber und beim Goldjahr seit September 2011 herrscht, dass die in den nächsten Monaten beendet wird. Wir sind in einer Phase, in der ja in den Medien ein unglaubliches Bashing von Silber stattfindet. Und ich will schon sagen, dass ich Mitte Juli gewarnt habe vor Rückschlägen. Ich habe sogar Verkaufsempfehlungen bis März 2015 in den Raum geworfen, weil damals die Situation doch wirklich kritisch war. Und ich habe ja einen Chart mitgebracht, wo ich Sie bitten würde, den den Zuschauern einmal einzublenden. Den sehen wir gerade, ja. Da sehen Sie eben einmal die Netto-Kaufposition des Managed Money. Was verbirgt sich dahinter? Das sind letztlich vor allem die Hedgefonds. Und Sie sehen, dass diese türkisfarbene Linie uns einen Rekordwert auswies Mitte Juli diesen Jahres. Und das ganz Interessante ist, ich habe nicht nur diese Netto-Position in diesem Chart mal einmal abgebildet, sondern darüber hinaus auch sowohl die Kaufposition als auch die Verkaufsposition im Silber-Future. Und Sie sehen, dass die rote Linie, also die Verkaufspositionen, jetzt wieder ein Rekordhoch erreicht hatten. Die waren sehr, sehr niedrig Mitte Juli 2014. Und aus diesem Chart schöpfe ich Hoffnung. Sie sehen in diesem Chart nämlich noch etwas anderes. Der Silberpreis hat in den letzten Tagen doch Tuchfühlung aufgenommen mit diesem Abwärtstrend, der im April 2011 begonnen hat. Der verläuft aktuell bei 16,63 Dollar, wird morgen bei 16,60 Dollar verlaufen. Und vor dem Hintergrund, dass auch der Optimismus der nordamerikanischen Analyst und Berater inzwischen auf 25 Prozent zurückgekommen ist, der war bei 61 Prozent Mitte Juli 2014, sehe ich, dass wir aus antizyklischer Sicht vor dem Hintergrund auch des Bashings in den Medien Grund haben, antizyklisch jetzt hier auf die Kaufseite klar zu gehen und nicht wie jetzt Mitte Juli sich verängstigen zu lassen, Absicherungen zu machen. Nein, ich will dafür wirklich plädieren. Haben Sie das große Bild im Auge, sehen Sie jetzt vor allem eben kurzfristig auch diese sehr hohen Verkaufspositionen der Hedgefonds. Und auch an der Stelle lassen Sie uns eine Kausalkette schnell machen. Wenn der Markt eben dreht in den nächsten Wochen, nächsten zwei, drei Monaten, dann werden diejenigen, die heute verkauft haben, schnell unter Wasser geraten mit ihren Positionen. Und dann kommt es zu den sogenannten Eindeckungen. Man muss dann die Position ja glattstellen, indem man den Future zurückkauft. Und dann treibt dieses letztlich die Kurse dann auch relativ schnell wieder hoch. Und von daher, also es besteht überhaupt keinen Grund, jetzt hier den Kopf in den Sand zu stecken. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, es sind im Prinzip drei Märchen, die momentan herumgereicht werden, mit denen Sie auch ein bisschen aufräumen möchten. Ich muss einfach mal sagen, das müssen wir mal klarstellen, dass das funktioniert so nicht. Was sind das für drei Märchen, die Sie da ausgemacht haben? Ja, ich habe auf dem Goldkongress am Samstag in Stuttgart auch vor, da waren immerhin über 650 Leute, was mich eigentlich wunderte, dass in dieser schweren Phase doch das Interesse für Gold und Silber nicht abebbt. Im Gegenteil, doch durchaus immer mehr aufwachen und kritische Fragen zum Weltfinanzsystem stellen. Ich habe diese drei Märchen dort klar benannt. Und ich werde auch eine umfassende Sonderstudie noch in dieser Woche vorlegen, wo ich mit diesen Märchen aufräumen will. Diese drei Märchen sind folgende. Das eine ist, dass man uns erzählt, 2010, 2011 sei Gold in einer ultimativen Blase gewesen. Ich will nur hier einen Vergleich in dieser Sendung machen. Wir haben einen Zuwachs der Geldmenge in den 34 Industriestaaten, die der OECD angeschlossen sind und den sechs großen Schwellenländern. Einen Zuwachs der Geldmenge im ersten Halbjahr gesehen von über 3.100 Milliarden US-Dollar. Und die Zentralbank-Goldreserven, jetzt in diesem Moment, wo wir miteinander reden, Zentralbank-Goldreserven weltweit, haben aktuell gerade mal einen Wert von rund 1.400 Milliarden US-Dollar. Wenn wir die privaten Investments dazunehmen, kommen wir aktuell auf rund 2.600 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der Zuwachs an Geldmenge im ersten Halbjahr weltweit war schon höher, als der Marktwert allen Goldes der Zentralbanken und der privaten Investoren beträgt. Und das ist das eine Märchen, das andere ist, wobei man da natürlich noch viel, viel mehr dazu sagen kann. Ich zeige dann auch an dieser Stelle, wie das Weltfinanzsystem sich seit 1989, also die Kumulation von Aktien, von Anleihen weltweit, von der weltweiten Geldmenge aufgebläht hat. Das ist das eine. Das andere Märchen, das uns hier aufgetischt wird. Da geht es um den Dollar. Goldman Sachs hat sich in den letzten Wochen damit hervorgetan, bis Ende 2017 die Parität von Euro-Dollar vorher zu sagen. Und wenn man natürlich hier sagt, der Dollar steht vor einer unglaublichen neuen Phase kräftiger Anstiege, suggeriert man den Menschen natürlich im Zentrum unseres heutigen Finanzsystems, ist alles in bester Ordnung und somit besteht überhaupt kein Grund mehr, Gold und Silber zu kaufen. Ich zeige dazu alleine nur momentan in meinen Vorträgen, dass wir heute schon mit einem Rekord-Handelsbilanzdefizit der USA im Handel mit der Eurozone zu tun haben. Eine solche Handelsbilanz wird ja auf die Schwäche des Euros in den nächsten sechs bis zwölf Monaten erst reagieren. Momentan basiert das Ganze ja auf einem recht starken Euro im ersten Halbjahr. Und ich halte es für aberwitzig, den Menschen hier einreden zu wollen, dass wir bis Ende 2017 die Parität sehen. Aber nochmal, es ist suggeriert, alles ist gesund, alles ist in bester Ordnung, es besteht keine Notwendigkeit, Gold und Silber zu kaufen. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, den Menschen heute vor Augen zu führen, dass noch ein drittes Märchen erzählt wird, welches auch letzte Woche den Eingang gefunden hat in Mainstream-Tageszeitungen, die uns allen sehr, sehr geläufig sind. Und damit meine ich, dass angeblich anstehende Leitzinserhöhungen in den USA im kommenden Jahr die Totenglocke für Gold und Silber läuten werden. Ich zeige da einen sehr, sehr langfristigen Chart, der sehr, sehr deutlich macht, dass die großen Aufwärtsbewegungen in den 70er Jahren, aber auch in den letzten zwölf Jahren mit steigenden Leitzinsen anhergegangen ist. Also Sie sehen auch hier, das ist ein Märchen. Aber das Problem ist, auch das sollten wir uns alle vor Augen führen, es ist wirklich leichter, eine Lüge zu glauben, die man schon hundertmal gehört hat, als der Wahrheit glauben zu schenken, die man noch nie gehört hat. Und deshalb halte ich es für wichtig, dass wir diesen Märchen Fakten gegenüberstellen. Und das Problem ist einfach, letztlich, das sollte sich jeder sagen, Wahrheiten werden natürlich durch Unwahrheiten werden durch ständiges Wiederholen nicht zutreffender. Aber leider Gottes erreichen sie mehr Menschen und sie bekommen immer mehr Anhänger. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in einem solchen Interview zumindest mal an der Oberfläche kratzen und sagen, dass das hier wirklich eine Märchenstunde für die Weltöffentlichkeit ist, die aber momentan verfängt. Also die Goldman Sachs-Leute, die haben mit ihrer Lehrverkaufs-Empfehlung auf Gold vom 10. März 2013 und in den letzten Wochen mit ihren Aussagen zur Parität des Dollars und zum anstehenden Siegeszug des Dollars momentan in den Medien und an den Märkten die Deutungshoheit. Aber nichts hält für die Ewigkeit. Ganz kurz vielleicht noch eine letzte Frage, so zum Abschluss. Ganz gutes Thema Inflation. Jeder sagt, die Edelmetalle werden dann eine Wiederbelebung erfahren, wenn die Inflation ansteigt. Momentan deutet wenig darauf hin. Wir können das Thema leider auch nicht vertiefen. Aber ganz kurz, sehen Sie denn eine Chance oder was heißt eine Chance oder sehen Sie die Gefahr, dass die Inflation tatsächlich wieder anzieht? Also ich warne seit drei Jahren vor dieser Streckfolter. Ist ja nicht so, dass ich die nächste Hoss in den Raum gestellt habe für dieses Jahr oder letztes Jahr. Und das will ich auch jetzt nicht tun. Ich sage Ihnen dennoch, selbst als die Industrieproduktion, es geht ja auch bei Silber nicht nur um Inflation, sondern auch um die Lage der Weltwirtschaft, weil 60 Prozent von der Industrie nachgefragt werden. Selbst als die globalen Einkaufsmanager-Indizes Mitte 2012 unter 50 abgetaucht waren, aktuell liegen sie deutlich über der Expansionsschwelle mit 52,2. Konnte der Silberpreis von 26 Dollar im Sommer im Tief 2012 schnell auf 35 Dollar steigen. Also das, was ich sehe in den nächsten sechs Monaten bis zwölf Monaten an deutlicher Gehreaktion, das hat was zu tun mit dem vernichtenden Sentiment momentan für Silber, auch für Gold. Und ob wir dann uns aufmachen zu den Höhen von 2011, das müssen wir im Lichte letztlich dann der Fröhnikatoren der Weltwirtschaft und natürlich den Inflationsdaten dann eben uns anschauen. Herr Schulte, dann darf ich mich bedanken an der Stelle, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sehr gerne. Wir hoffen, denke ich, alle, dass der Silberpreis endlich einen Boden gefunden hat und endlich die Gehreaktion nach oben schafft. Besten Dank. Gerne. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, bereits morgen um 15 Uhr. Wie gesagt, schalten Sie ein und bis dorthin, machen Sie es gut.